hallo und hallo und hallo und hallo ich bekomme kein neues video ja ich muss euch mal erzählen wo ich mich denke warum gibt es so viele leute auf der welt die keinen benehmen haben ja jeden kach muss ich leute auch eine fa liste empfangen manchmal denke ich mir warum warum muss dann die leute immer auch eine fa liste empfangen ja weil die leute keinen benehmen haben weil die keinen benehmen haben deshalb bin ich auch meine fa liste auch ich habe schon über 100 leute auf ps4 blockiert habe schon über 100 leute bei epic folgen gebrokiert weil die keinen benehmen hatten und garten müssen beleidigen oder auch die magie machen um mich zu argern ja ihr könnt mich damit nicht ahgen ihr wort sofort blockiert das juckt mich reichlich wenig leute jeder der ich nicht benimmt wurde bei mir blockiert vor immer und immer und ewig der jenige war bei epic folgen gebrokiert und auch bei ps4 ja also überlegt euch das wenn mit mir folgen gehen wollt bleibt nett und folgen dich kann poké blockiert